Es ist eine Mischung aus Beachvolleyball ohne Beach und Topfklopfen ohne Topf, bei dem vor allem der Kopf gefragt ist, Kopf gefragt ist, Kopf gefragt ist. Und dann kommt es auch darauf an, wie schnell ist man noch im Kopf, wie schnell erkennt man die Situation, wo fällt der Ball und so weiter und so fort. Und das ist natürlich bei der Sportart besonders wichtig. Und deswegen ist es natürlich super, wenn man kognitiv voll da ist. Here we go! Caution? Are you okay? No! 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 Oh, wie unten hat er? What? Was geht denn? Der Bied. Jetzt mal, was ist das? Was ist das denn für eine Scheiße? Das sind aliens WARDRA KILL Was geht denn ab? Wieso gibt es das? Wieso wusste ich das nicht? PENTA KILL Oh was ist das denn für eine Scheiße YOU ARE DEAD EW 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 YES 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 EW WAIT A MINUTE WHO'S THAT POKEMON IT'S THE GUY FROM FORTNIGHT IT'S THE GUY FROM FORTNIGHT WEE 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 EW ANOTHER ONE AND ANOTHER ONE YOU ARE DEAD MANA YOU HAVE NO MANA BITCH MANA YOU HAVE NO MANA YOU HAVE NO MANA ENEMIES SPOTTED WOOOOO YOU MADE IT WHAT NICE WIr 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 haben eine WhatsApp Gruppe die heißt Deutscher Meister 2031 Mission failed We'll get up next time